Die ungarische Anwaltskanzlei NCP Nageligl geht juristisch gegen die Republik Österreich vor. Grund ist die Einführung und regelmäßige Verlängerung von Grenzkontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze, die seit 2015 bestehen. Die Kanzlei sieht darin eine Beeinträchtigung der Reisefreiheit für ihre Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der Zivilprozess zur Amthaftungsklage wird kommenden Mittwoch vor dem Landesgericht Eisenstadt verhandelt. Die Kanzlei argumentiert, dass die langen Wartezeiten an den Grenzübergängen einen wirtschaftlichen Schaden darstellen und die Bewegungsfreiheit erheblich einschränken. Die Klage betrifft nicht nur die regelmäßigen Grenzkontrollen, sondern auch Maßnahmen wie die Sperrung des Grenzübergangs Schattendorf im Bezirk Mattersburg. Dieser Übergang wurde Dezember 2023 zu einer Fußgängerzone erklärt und ist seitdem nur mit einer Ausnahmegenehmigung befahrbar. Die Gemeinde Schattendorf konnte sich mit dieser Maßnahme bereits vor dem Landesgericht Eisenstadt und dem Oberlandesgericht Wien durchsetzen, was die Klage zusätzlich erschwert.